Hier ist eine Technik, die sehr unterschätzt wird und die viele nicht auf dem Schirm haben, wenn es darum geht, richtig professionelle High-End Vocals vor allem in den Hooks zu produzieren. Das Stichwort heißt Tonkorrektur und die wird nicht nur bei Sängern angewandt, sondern auch bei harten Rap-Hooks, wo man sie eigentlich nicht erwartet. Warum und wie man das macht, zeige ich euch in diesem Video. Das ist wirklich so ein Detail, was so den letzten Schliff eines Songs macht und was dann dazu führt, dass der Song richtig glänzt und in der obersten Liga mitspielen kann. Als Beispiel nehme ich mir mal den Song Was macht Jizzes von Jizzes. Extrem gut ausproduziert der Song, der auch extrem durchgestartet ist mit aktuell 1,8 Millionen Klicks. Und hier passiert eine ganz wichtige Sache, die dem Song dieses Professionelle gibt und was den sowieso schon sehr starken Song auf ein Level bringt, wo man sich den immer wieder anhören will. Und zwar tonale Harmonie zwischen Vocals und Beat. Obwohl es nämlich kein gesungener Song ist, wird hier trotzdem in der Hook drauf geachtet, auf dem korrekten Ton zu bleiben und genau das macht einen extrem großen Unterschied. Ich habe euch hier mal die Vocal-Melodie von Jizzes mit einem Piano über den Beat skizziert, einfach nur mal um das verständlicher zu machen. Also das hier ist die Melodie, die Jizzes in der Hook rappt. Also wirklich genau auf dem Ton. Also die Vocal-Melodie ist auf dem D, der Beat ist in dem Moll. Das heißt, die Vocal-Melo ist exakt auf dem richtigen Ton, nämlich dem Grundton, was die Hook extrem rund klingen lässt. Jetzt kann es natürlich sein, dass Jizzes einfach Musik im Blut hat und automatisch auf diesem Ton gelandet ist, weil er ihn gefühlt hat. Meine Erfahrung zeigt aber, mit Leuten, die schon lange rappen und mit Gesang nicht viel am Hut haben, dass sie oft leicht an dem Ton vorbei rappen. Und falls das der Fall war, bin ich mir sehr sicher, dass in der Nachbearbeitung Tonhöhenkorrektur wie Melodyne oder Newtone benutzt wurde, anstatt Auditune, um die Töne wirklich exakt auf den Grundton zu bringen und den Vocals somit den absoluten professionellen Glanz zu verpassen. Wie sähe das jetzt in einem Beispiel aus? Das hier ist ein aktuelles Kundenprojekt vom Künstler S23. Grüße gehen raus. Und hier habe ich die gleiche Situation wie bei Jizzes. Daniel hat eine richtig gute Mello für die Hook und auch sehr gut performt. Nur kann man das Ganze jetzt nochmal unterstützen, indem man wirklich die Töne, die er wollte, in Stein meißelt. Hier einmal die Hook, wie ich sie bearbeitet habe. Und der Rauch zieht vom Balkon über meine Nachbarschaft. Meine Nike ist Anthrazit, wie der Block, wo ich para mache. Und hier einmal vorher. Und der Rauch zieht vom Balkon über meine Nachbarschaft. Meine Nike ist Anthrazit, wie der Block, wo ich para mache. So, jetzt öffne ich diese Vocals in Melodyne oder Ähnlichem und da werden mir die einzelnen Töne von meinen Vocals angezeigt. Jetzt gerade sind die hier etwas zu hoch, aber ich will die genau hier auf dem G haben, also ziehe ich die einfach hier drauf. Ihr wollt natürlich nicht zu krasse Veränderungen machen, weil auch dann bekommt man diesen künstlichen Sound. Und man muss natürlich sagen, wenn der Ton nicht perfekt auf dem G wäre, das ist nichts, was den Hörern aktiv auffallen würde. Aber dass die Vocals so stabil auf dem Grundton sind, gibt dem Song diese letzten 10% Harmonie, die einen dazu bringen, den Song immer und immer wieder zu hören. Aber Robin, kann man das nicht einfach mit Auditune machen? Ich wäre mit Auditune da vorsichtig, wenn es um diese harten Straßenrap-Songs geht. Das kann schnell künstlich wirken und das ist einfach etwas, wofür Jesus nicht steht. Weil wenn wir diese Auditune-Einstellungen locker lassen, dann ist die Stimme nicht so stabil. Aber wenn wir eine schnelle Einstellung nehmen, dann könnte es zu diesen T-Pain-Tonsprüngen kommen. Also Melodyne ist hier schon der richtige Mann für den Job. Und das war auch schon mein Tipp für heute. Tunt eure Stimmen, wenn ihr eingängige Hooks haben wollt, die im Ohr bleiben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Peace.